Diabetes Typ 2 ist eine der gefährlichsten Volkskrankheiten, von der in Deutschland alleine 8 Millionen Leute betroffen sind. Tendenz stark ansteigend. Hauptgrund dafür ist ungesundes Verhalten. Diabetes Typ 2 ist irreversibel. Einmal erkrankt, kämpft man das ganze Leben mit den Folgen. Unsere Lösung? Digitale Verhaltensmedizin. Wir haben 20 Millionen Datensätze ausgewertet und die besten Abnehmstrategien in ein 16-wöchiges, gruppenbasiertes Online-Programm überführt. So können ungesunde Verhaltensweisen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stress reprogrammiert werden. In dieser Zeit wird ein Gewichtsverlust von 5 bis 10 Prozent erreicht und das Diabetesrisiko um 60 Prozent verringert. Man bekommt wöchentlich interaktive Online-Übungen und protokolliert täglich seine Ernährung, Bewegung und Gewicht. Basierend darauf erhält man individuelle Tipps von unseren Verhaltenscoaches. Ojo, gesund beginnt im Kopf.